Fast im Schritttempo nähert sie sich der Engstelle. Die Spannung steigt. Schauen wir mal. Das ist jetzt Zentimeterarbeit. Das ist ein Job so voll nach Patrizias Geschmack. Wenn es eng und kompliziert wird, ist sie in ihrem Element. Eigentlich. Denn plötzlich geht's nix mehr. Ja, Lenz, ich muss eine Minute warten, sonst hupst du mal gegen die Hauswand. Wartet ein wenig, kein Stress. Dann fängt man das Hupfen an mit der Kupplung. Eine massive Begegnung der schweren Fracht mit der sowieso schon ladierten Hauswand? Keine gute Idee. Etwas geschmeidiger läuft es für Truckerkollegin Jennifer auf dem Weg zur Hausbaustelle. Äh, also es lief. Da soll er die rechts abhängen. Da komm ich ja mit zehnmal nicht um die Kurven. Ich seh, da oben ist schon ein Kran. Das Ziel so nah und doch so unerreichbar. Die vorsichtige Jennifer sondiert erst mal die Wegelage. Da vorne, ich hab auf Google Maps noch nachgeschaut. Es wird noch einen anderen Weg geben. Auf wieder. Ich hoffe nur, dass der andere Weg besser ist. Ich hoffe. Sonst kann ich wieder verkehrt zurück runter und dort verkehrt probieren. Das ist ja auch kein Weg. Da komm ich auch nicht. Nein, da kann ich auch nicht umfahren. Nein, das ist der Weg nicht. Ich geh mir das jetzt anschauen. Ich trau mich nicht mehr weiterfahren. Also laut den sind schon drei, vierhundert Meter, was wir jetzt da runtergehen müssen. Aber es hilft nichts. Bevor ich irgendwo stecken bleib, trau ich mich nicht mehr. Ich such meinen Kran. Trucker Küken Jenny sucht in Österreich ihren Kran. Trucker Urgestein Helga sucht in Spanien einen Parkplatz. Na, echt jetzt. Oh, freie Parklücken. Das ist jetzt aber echt ein besonderes Glück. Richtig glücklich klingt Helga nicht. Kein Wunder, wie so oft mit vermeintlich tollen Gratisgeschenken gibt es einen Haken. Dass die Lücke als letzte noch frei ist, ja, es hat einen Grund. Ja, das wird aber jetzt gar nicht so einfach, dass ich da einpark. Haben sich wohl viele männliche Kollegen auch schon gedacht und es erst gar nicht versucht. Naja, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, dass ich da reinkomme. Das Problem ist ja jetzt nicht nur, dass ich da irgendwie reinkomme, sondern ich habe da auch ... ... aus der anderen Seite die Leitschiene. Das ist sehr schwierig. Also wenn ich jetzt der Renault-Fahrer wäre, hätte ich den Spiegel weggekloppt. Stattdessen hilft endlich ein Trucker-Kollege. Das war jetzt echt ein super Einweiser. Der hat mir immer gesagt, schau zu mir, schau zu mir. Ich zeig dir das schon. Er hat auch hinten noch einen Stern gehabt, der was hinten geschaut hat, dass nichts passiert. Also das war jetzt echt nett. Geschafft! Helga steht sicher auf dem Security-Parkplatz vor den Toren Barcelonas und kann entspannen. Bis zum nächsten Abend. Da geht es auf die Fähre nach Ibiza. Willem Alexanders erste Schiffsfahrt. Was der auf seiner ersten Tour so alles erlebt. Ah, ich liebe dieses Schiss. Fast überhaupt kein Absatz beim Reinfahren. Ich hebe dich trotzdem ein bisschen auf, mein Schatz. Ja, und wenn ich ihn jetzt nicht gehebt hätte, hätte es schon einen Puh gemacht. Ja, das gefällt uns. Im Schiff muss Helga wenden und bekommt die Anweisung, so nah wie möglich an der Bordwand zu parken. Platz und Zeit sind Geld. Passt, hat sie gesagt. Und so weit ist er der Mauer-Azubi, dass er zu jedem aussteigen kann. Normalerweise machen sie ihn auch schneller, schneller, zacki, 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 zacki. Und dann pfeift er und schreit. Und dann schreit er auf Spanisch, wo er genau sieht, dass ich kein Wort verstehe. Aber das Wichtigste ist wirklich nicht hetzen lassen, bevor er es da irgendwo anstrafft. Man sieht ja da die ganze Mauer entlang überall, die Strafen, die schon überstrichen sind. Das sind alles die Fahrerfahrer die losbringen. Und gleich bei Abenteuer leben. Auf Ibiza wird es nochmal richtig eng für Trucker Queen Helga und ihren König Willem Alexander. Wie befürchtet, muss Jenny rückwärts ihre Fracht an die Baustelle bringen. Und Schwertransport-Spezialistin Patricia steckt noch immer fest. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Hast sowas Blödes hier hast. Die österreichischen Trucker Babes sind gleich zurück. Abenteuer Turnfield Entfiren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 mit ihrer brandneuen Zugmaschine namens Willem-Alexander unterwegs nach Ibiza. Ich muss mit dem Willem-Alexander immer Hochdeutsch reden, weil er ist eigentlich ein Holländer und er versteht den Steirer-Dialekt nicht. Jennifer versucht noch immer zu ihrer Hausbaustelle zu gelangen, um abzuladen. Ich hoffe, dass der andere Weg besser ist. Ich hoffe. Und Patricia, die transportiert ein überbreites Bauteil für einen Wasserspeicher und weiß schon jetzt... Da vorne ist die Stelle. Also falls es blöd wird, wird es jetzt dann der Fall sein. Es ist der Fall. Patrizias Fracht ist 3,85 Meter breit. Die Lücke zwischen den Häusern 3,90 Meter. Mutig, aber sollte passen. Doch ihr Truck zickt rum. Merkst du's? Er fährt mir nicht einmal weg. Stattdessen wackelt er bei jedem zarten Anfahren unkontrolliert hin und her. Das Automatikgetriebe ist offenbar für solche Feinheiten nicht ausgelegt. Das ist was, was mir überhaupt nicht taugt. Und da werde ich auch mal irgendwie versuchen, mit der Volvo Kontakt aufzunehmen. Weil gerade bei solchen Sachen, wo eigentlich das langsam gehen soll, zentimeterweise gehen soll, fängt ja auch zum Spinnen an und fängt man zu hupfen an. Und man hat gesagt, wenn du wirklich auf 1-2 Zentimeter irgendwo vorbeirutschst bei der Hausmauer, ist das wahrscheinlich nicht so ideal. Eieiei, das ist wirklich mein Manko, gell? So, probieren wir's noch einmal. Schauen wir mal. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Aber aufgeben ist keine Option. Und für Patricia schon gar nicht. Endlich nach langem Hin- und Herschunkeln ist sie durch. Häuser und Wasserspeicher sind beide heil. Hast sowas Blödes hier. Patzi ist sauer. Aber sie haben es ja geschafft. Jetzt muss sie nur noch rückwärts an die Baustelle, mitten in Nirgendwo, anfahren. Dann ist sie den Wasserspeicher los. Und Patricia, die Schwertransport-Spezialistin, kann langsam entspannen. Und freut sich schon auf die nächste knifflige Fracht. Helga hat die Nacht auf der Fähre verbracht und ist gleich auf Ibiza. Guten Morgen. Und ich brauch jetzt einmal ganz dringend 5 Schluck Kaffee, weil ich bin erst zu 70 Prozent hochgefahren. Und ich brauch noch mindestens 93, dass ich starten kann. Also, auf geht's. Die Baustelle wartet. Majestätisch rollen die Trucker Queen und ihr neuer Lkw, den sie nach dem niederländischen König benannt hat, von der Fähre. Willem-Alexander, das hast du gut gemacht. Du bist ein echter Gold, Schatz. Ich freu mich. Nach kurzer Fahrt hat Helga ihre Baustelle schon gefunden. Ich glaub, das ist schon mal ein Empfangskomitee. Ja, das ist fein. Das passt jetzt. Die Regeln. Mach jetzt da in den Verkehr das letzte Stückchen. Helga ist zwar fast schon da, aber dummerweise muss sie erst mal umdrehen. Hola! Es heißt also mal wieder, enge Landstraße gegen meterlangen Truck. Aber irgendwo scheint es ein Plätzchen zu geben. Laut Zeichensprache hat er mir jetzt gesagt, ich soll da aufgefahren, umdrehen. Wo man da jetzt umdrehen kann, ist man jetzt aber auch nicht ganz... Nicht ganz klar. Oder nicht ganz geheuer? Man weiß es nicht. Auch Jennifer in Österreich sucht nach einer guten Anfahrlösung. Zu Fuß. Ah, ich hab ihn krank gefunden. Gott sei Dank. Guten Morgen. Hallo. Du, jetzt frag ich dich was. Wie soll ich da am besten runterfahren? Jennifer geht lieber auf Nummer sicher und checkt den Fahrweg ab, bevor sie stecken bleibt. Brauchst du nur da oder da mitlenken. Da hast du links, rechts. Mehr hat er nicht. Mehr hat er nicht. Das reicht nicht. Danke. Danke dir mal. Der Kranfahrer hat die Fernbedienung, mit der sich das Heck lenken lässt. Er hilft Jennifer, sodass sich die junge Truckerin ganz aufs Rückwärtsfahren konzentrieren kann. Gewonnen. Tausend Dank. Tausend Dank. Super. Super, super. Jetzt aber schnell die Betonplatten für das neue Haus abladen. Und dann? Ja, dann beginnt der ganze Spaß für Jennifer. Von vorne. Die Baustelle braucht Nachschub. Den ganzen Tag. Na gut, den Weg kennt sie ja inzwischen. Jetzt ist eher das Aufladen die Herausforderung. Der coole Gabelstapler von heute Morgen ist weg. Jennifer auf sich alleine gestellt. Der Plan ist jetzt, dass ich die Box aufnehme. Das heißt, ich muss genau reinpassen. Ich muss genau fahren mit der Rungan, Ort Rungan, da in das Loch reinpassen. Das passt einmal, das erste Loch. Wie schauen wir da aus? Das passt nicht. Da wäre es wahrscheinlich nicht reingekriegen, die Schrauben. Ich muss einmal schauen, wie ich ihn aufhebe. Einen Lotto-Sexer habe ich noch nicht aufgeschafft. Auf Anhieb. Ab und zu habe ich eine Dreiviertelstunde, Stunde auch schon gebraucht für so eine Box aufnehmen, wenn es eventuell ein Kollege blöd hingestellt hat, unter Anführungszeichen. Aber das habe ich selber hingestellt und bin echt stolz, dass ich das heute echt so super schaffe. Dann sind die knapp 40 Kilo schweren Rungen dran. Jennifer hat lange dafür gekämpft, ihren Truckard-Raumjob machen zu können. Gegen äußere und innere Widerstände. Wie ich das erste Mal kam, haben wir gedacht, um Gottes willen. Was hat mir da der Disponente gesagt? Das schaffen Frauen. Das ist schon schön schwierig. Meine Familie hat gefragt, ob ich blöd bin, deppert bin. Meine Mama und mein Papa, die wohnen nicht mehr zusammen. Mein Papa ist selber Lkw-Fahrer. Ich habe leider nicht viel Kontakt. Mit Telefonieren hin da einmal. Am Anfang war er sehr hilfreich, weil er hat mir sehr viele Sachen erzählt. Was wichtig ist, auf was ich schauen muss und so weiter. Ja, und jetzt ist er auch stolz, dass ich das mache und die Mama auch. Und meine Freunde haben gesagt, voll lässig, hau dich ein ins Zeug. Und das habe ich gemacht und jetzt stehe ich da. Glücklich und stolz bereitet Jennifer ihre nächste Ladung Hausbauteile vor. Etwas weniger amüsiert, bereitet Trucker-Kollegin Helga auf Ibiza gerade das Umdrehen ihres langen Gespanns vor. Du, Helga. Nein, nein, nein. Lass dich mal vorbei. Aber die Zeit und der polierte Rängen etwas. Nach Helga kommen noch weitere Trucks. Aber das abgeklärte Trucker-Babe lässt sich nicht stressen. Ui, geht sie sogar aus. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht geglaubt. Das passt jetzt, aber ich gehe jetzt zuerst den Aufleger heben. Das ist mir jetzt wurscht, wenn die da alle warten müssen. Marius, siehst du? Heben wir ihn nach rechts, dann geht er auf. Okay. Okay? Okay. Okay, dann heb du weiter. Ja, es ist einfach so ein spitzer Winkel auf. Helga hat ihren Truck und die Jungs auf der Baustelle im Griff. Es ist halt immer, wenn man so im Gelände drinnen ist. Vor allem, wenn es steil ist. Helga hat Erfahrung. Also dann mit Schwung. Oh, Helga ist eine super Fahrerin. Mit so einem riesigen Lastwagen mit so viel Gewicht zu fahren, ich finde, das macht sie sehr gut. Ich bin wirklich reif für die Insel. Wie gut, dass das Abladen des steirischen Holzes Willem Alexander und die Jungs auf der Baustelle übernehmen. Da gönnt sich Helga doch glatt eine Stunde Auszeit am Strand und genießt die schönen Seiten ihres Truckerjobs, bevor sie sich auf den Heimweg macht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.